Wichtiges für mich ist, dass wenn sie nach Haus gehen, sie haben einen Smiley bis da oben und sie können auch jeden Tag ein paar schöne Sachen erleben, die sie werden weiterbringen. Das ist das Ziel. Ja, es ist ein Camp, das ich natürlich in der Vietnam-Showzeit von Frengo kenne, wo sich sehr viel Zeit investiert, wo sehr viel unternehmt. Ich glaube, es sieht jetzt wirklich einfach aus, aber ich glaube, es steckt sehr viel Arbeit dahinter drin, wo ich schon einmal mitleben durfte, im Maltenplatz, ich glaube, in Schweizer Wien ist es damals gewesen. Ja, man sieht einfach immer, wie viel das die Kinder bedeutet, wie viel das auch die Leute, die mithelfen bedeutet und allgemein schöne Sachen. Und ja, wenn man da ein bisschen helfen kann und diese Teile beitragen, dann machen wir das natürlich gerne. Wir hatten ein ganzes Feld, wo wir uns verschiedene Übungen mit dem Ball bewegen mussten. Wir haben jahrelang Kontakte, kennen sich und haben sich auch sehr engagiert für die Kids. Wir müssen gerne unterstützen. Die vielen Unterschriften, das habe ich auch mega cool gefunden. Das sind alles Unterschriften. In der ersten Linie, dass sie Freude haben, dass sie Respekt gegenüber ihren Mitspielern und Mitspielerinnen haben. Und ich denke, dass es mal eine Woche in der Ferienzeit eine Abwechslung gibt. Und wir haben andere Kids gesehen, andere Umfelder. Also einfach den Moment geniessen, in dem wir leben dürfen. Und den Skills Pack habe ich auch mega cool gefunden. Ich habe zwar nicht so viel gepünkt gemacht, aber es war mega cool. Ich finde das Bengocamp cool und ich wäre am nächsten Mal auch noch gerne dabei. Ich habe auch mega gut gemacht. Trainer, Matchen und Trainieren, eigentlich fast alles. Untertitelung des ZDF, 2020 Mir hat es mega fest gefallen, dass wir Unterstützung hatten. Mir hat es sehr gefallen, Matchen und Robo-Keeper zu machen. Ich finde es sehr cool, ich bin schon drei Mal hier. Ich habe es auch richtig cool gefunden und freue mich, wenn es das Bingo Campo 2020 gibt. Ich bin sicher dabei. Ich hoffe es gibt nächstes Mal wieder den Robo-Kids. Mit dem macht es Spaß. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Vielen Dank.